Vorbildliche Firmenchefs in Deutschland In meinen über 25 Jahren als Trainer und Coach durfte ich viele vorbildliche Firmenchefs kennenlernen. Darunter war Arthur Fischer, der König der Dübel. Heutzutage ist es Klaus Fischer, der das Unternehmen führte, doch Arthur Fischer hatte ein paar Grundsätze beim Einstellen von Führungskräften in seiner Firma. Es ging darum, sie müssen intelligenter und innovativer sein als er selber. Es gibt ja immer mehrere Strukturen für Führungskräfte, die man einstellt. Entweder stellt man Leute ein, die einem sympathisch sind und ihm vielleicht Honig ums Maul schmieren, oder man setzt Leute ein, die einen fordern und fördern, beziehungsweise das ganze Team fordern und fördern. Und das berücksichtigt der Arthur Fischer in seinem Dübel-Universum. Und das hat ihn bis heute als König der Dübel, beziehungsweise seinen Sohn Klaus Fischer, an der Spitze gehalten der Dübel. Und jeder kennt Fischer Dübel. Dann eine weitere Firma, ein Firmenchef, den ich kennenlernen durfte, war Hans-Peter Stiel von den Stiel Motorsägen. Die machen zwar viele andere Geräte, aber die Motorsäge ist das Nonplusultra schlechthin im Fällen von Bäumen. Und er hat auch gesagt, ich muss Menschen Geräte an die Hand liefern, mit denen sie leichter Bäume, Äste, Büsche bearbeiten können. Und das ist erstmal das erste Grundvision seines Unternehmens. Dann ist jedes Zahnrädchen in seinem Unternehmen, jeder Mitarbeiter ist ihm sehr, sehr wichtig. Und er pflegt zu allen Kontakt in der Firmenzentrale. Und das ist da auch schon mal wichtig. Sprich, er lebt es von oben runter und ist nicht wie ein Patriarch, sondern er lebt förmlich Stiel mit seinen Motorsägen und anderen Produkten. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann durfte ich, da war ich sehr stolz drauf, in der Porsche Arena bei einer großen Vortragsserie Wolfgang Grupp von Trigema kennenlernen. Wer kennt nicht Trigema mit seinen tollen Produkten, mit seinen Poloshirts, ich habe selber welche, die in einer Qualität gefertigt wird. Und er ist nie mit seinen Firmen ins Ausland gegangen. Weiterhin hat jeder Mitarbeiter, der bei Trigema arbeitet, der später Söhne oder Töchter hat, ein Recht auf einen Auszubildendenplatz für die Tochter oder für den Sohn. Das ist beispielhaft. Weiterhin ist er ein sehr großer Visionär, hat seine Kinder, seine Tochter und seinen Sohn mit seiner Frau im Unternehmen installiert. Und er lebt mit jeder Faser seines Körpers Trigema. Und er ist immer wieder innovativ. Er lässt sich nicht auf Billigprodukte einbietig. Auch viele große Hersteller heute machen, wenn man sieht, die, wo dann ganz billig produzieren lassen. Das ist nicht der Sinn von Wolfgang Grupp. Und jeder Mitarbeiter wird begrüßt morgens. Er geht durch die Firma. Er will am Puls der Zeit sein. Und das ist doch für mich ein vorbildlicher Unternehmenschef, wenn er so vorgeht. Also, es gibt viele Möglichkeiten, ein Unternehmen zu führen. Egal ob Mittelstand, Handwerksbetrieb. Wichtig ist, eine Einheit zu schaffen, mit den Mitarbeitern, die die Zahnräder des Unternehmens sind, gut zusammenzuarbeiten. Und, wichtig auch, Vertrauen zu geben und zu übermitteln. Beziehungsweise, dass die das Vertrauen auch rechtfertigen und nachher im Unternehmensprozess gute Sachen produzieren beziehungsweise die Dienstleistung gut vermarkten. In diesem Sinn wünsche ich allen Firmenchefs, und die es noch werden wollen, eine gute Auffassungsgabe und immer wachsam bleiben. Euer Siegercoach Sven Wilhelm. Siegen ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und wir hören und sehen uns. Ciao.